Hallo, mein Name ist Anna-Katharina Siem. Ich bin Chefärztin der Blomburg Private Tagesklinik und Ambulanz Hamburg. Wir behandeln im Herzen von Eppendorf PatientInnen mit Depressionen, Angststörungen, stressassoziierten Erkrankungen wie Burnout, Zwangserkrankungen oder auch Persönlichkeitsstörungen. Wir haben ein breites Behandlungsangebot von Psychotherapie, Einzelsitzungen bis dreimal die Woche und natürlich medikamentöser Therapie, aber auch ergänzende Therapieverfahren wie therapeutisches Boxen, Kunsttherapie, Körpertherapie, Ernährungsberatung und Gruppenpsychotherapie.